Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute, Verletzungsupdate von Randy Orton, großes Jahr für Bray Wyatt und AJ Styles, Sinsuke Nakamura und noch zwei weitere Talente von New Japan Pro Wrestling wechseln zur WWE. Beginnen wir unsere Ausgabe erstmal mit Roman Reigns, denn zur Zeit wird nachgedacht, ob man ihm nicht wieder ein paar mehr Freiheiten am Mikrofon gibt. Ja, wir wissen, seine größte Schwäche ist sein Mic-Work, allerdings möchte man aufgrund der neu gegebenen Freiheiten Roman Reigns einfach die Möglichkeit geben, sich selbst ein bisschen zu entfalten und den Zuschauern genau den Roman Reigns zu präsentieren, der er ist. Das könnte heißen, dass seine Promos nicht mehr so gekünstelt rüberkommen und man den echten Roman Reigns sieht, allerdings könnte der Schuss auch definitiv nach hinten losgehen. Vor einiger Zeit hat Solomon Grove aus NXT ganz überraschend nach seiner Entlassung gefragt und ganz lange wusste man nicht, warum. Denn eigentlich war für ihn ein riesen Push angedacht, gerade weil man ja 2016 mit NXT so viele neue Live-Touren machen möchte, brauchte man einfach einen neu etablierten Star und da wollte man eigentlich Solomon Grove hin pushen. Dass er selbst um diese Entlassung gebeten hat, hatte zwei Gründe. Zum einen verdient er in den Indie-Shows einfach viel mehr Kohle als bei NXT und auf der anderen Seite meinte er, dass er eh überhaupt keine Chance hat, im Main-Roster irgendwas zu reißen. Und da man ja eh erst im Main-Roster wirklich das richtige Geld verdient, war es für ihn der logische Schritt, dass er in NXT beziehungsweise in der WWE einfach nicht weiterkommt und dann natürlich in Indie-Shows aufzutreten, um so mehr Geld zu machen und wahrscheinlich auch mehr aus seinem Charakter. Kurzes Verletzungs-Update zu Randy Orton. Dieser hat sich ja letztes Jahr ziemlich böse erneut an der Schulter verletzt und natürlich steht ja auch noch eine Nacken-OP ins Haus, die auch notwendig ist. Allerdings möchte man trotz alledem Randy Orton für WrestleMania haben. Das Ganze würde dann so aussehen, dass er jetzt weiterhin noch so pausiert, dass er seine Schulter mehr oder weniger auskurieren kann, um dann bei WrestleMania ein Intercontinental Championship Match gegen Dean Ambrose zu haben, was ganz cool wäre. Muss jetzt nicht unbedingt nur den Titel sein, aber das Match an sich wäre schon mal nicht so schlecht. Um sich denn danach am Nacken zu operieren und dann halt wieder auszufallen. Aber für WrestleMania wollte man schon gerne Randy Orton. Egal wie es laufen wird, er hat schon gesagt, dass er nach dieser ganzen Geschichte definitiv einen lockeren Terminplan haben möchte. Das heißt, weniger Auftritte für ihn, weniger Matches. Er möchte halt wirklich so ein bisschen Part-Timer werden, also wie Brock Lesnar, nur ab und zu mal kommen. Ob er das allerdings immer noch so sieht, wenn er wirklich wieder fit ist nach der OP, falls er überhaupt wieder wirklich komplett fit sein kann, weil das mit der Schulter sieht ja wirklich böse bei ihm aus. Dann wird das vielleicht auch wieder anders aussehen. Jeweils ist das der aktuelle Stand. Man überlegt ja schon eine ganze Weile, ob man Bray Wyatt jetzt faceturnen lassen sollte oder ihn einfach als Heal lassen wollen, obwohl ich sehe ihn noch nicht mehr wirklich als Heal. Er greift zwar die Guten an, aber er greift auch die Bösen an. Bray Wyatt greift irgendwie jeden an. Jedenfalls hat man Backstage das Gefühl, dass ein Bray Wyatt sowieso nicht wirklich einen Titel braucht, um diesen Charakter so geil weiter zu pushen. Und außerdem wäre es auch so, dass selbst wenn man ihm irgendwann einen Titel geben will, könnte man ihn einfach von heute auf morgen ins Main Event pushen. Und das wäre überhaupt kein Problem, weil die Leute es eh feiern würden, wenn Bray Wyatt demnächst auf den WWE-Titel gehen würde. Und ob er denn Heal oder Face ist, ist dann eigentlich auch egal. Und außerdem wurde schon bestätigt, dass für 2016 für Bray Wyatt ziemlich große Schlüsselsiege angedacht sind. Das heißt, er wird wohl in 2016 ein ziemlich geiles Jahr haben mit ziemlich großen Fäden-Siegen. Und das ist ja schon mal echt cool. Und ich bin echt gespannt, wo man da mit ihm hingeht. Generell mag ich den Bray Wyatt-Charakter sehr. Deshalb freue ich mich da auf alles, was kommt. Allerdings ist noch nicht angedacht, die Wyatt-Family irgendwie zu splitten. Von daher ist das alles noch ganz im Rahmen. Am 4.1. war New Japan Pro Wrestling's Wrestle Kingdom 10. Und nicht nur, dass die Show grandios war, sondern auch kurz vorher haben vier Talente. Den Booker von New Japan bestätigt, dass sie für folgende Shows nicht mehr allzu lange da sein werden, weil sie zur WWE wechseln werden. Also erstmal zu den Namen. Wir haben hier Carl Anderson, Doc Gallows, Shinsuke Nakamura und AJ Styles. Für die letzten beiden, so heißt es, hat die WWE einen richtigen Haufen Kohle auf den Tisch gelegt, weshalb diese sich denn doch dazu entschlossen haben, zur WWE zu wechseln. Bei Shinsuke Nakamura hingegen war das Ganze sogar schon im letzten Jahr geplant, ihn zu verpflichten. Allerdings laufen bei New Japan die ganzen Verträge immer zum Anfang des Jahres aus. Und man hat Shinsuke das Angebot erst nach Wrestle Kingdom geschickt, weshalb es einfach nicht mehr die Möglichkeit gab, ihn zu verpflichten. Carl Anderson hingegen war kurz davor, einen TNA-Vertrag zu unterschreiben, als denn doch der Brief von der WWE reinflatterte und er sich denn doch natürlich eher für die WWE entschieden hat. Und sogar die Homepage von der WWE berichtet über genau dieses Gerücht, über die Verpflichtungen der vier. Von daher ist es somit schon kein Gerücht mehr, sondern hier definitiv bestätigt. Die japanischen Zeitungen berichten von dem Abgang von Shinsuke Nakamura zur WWE. Allerdings haben alle noch Verpflichtungen für Ring of Honor, die sie noch einlösen müssen, obwohl AJ Styles da das Ganze wohl schon geklärt hatte. Und wie es halt im Moment aussieht, sollen Shinsuke Nakamura und AJ Styles sofort ins WWE Main Roster kommen. In einem Update wurde auch berichtet, dass Rocky Romero, Thomas Tonga und Backloop Fail auch WWE-Verträge unterschrieben haben. Und bei genau diesem hat sich nämlich auch Finn Balor persönlich eingesetzt, dass dieser auch noch unter Vertrag kommt. Denn bei diesen heißt es nämlich auch, dass auch diese New Japan Pro Wrestling darüber informiert haben, zur WWE zu gehen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was will denn die WWE mit so vielen New Japan Stars? Und die Antwort liegt im Bullet Club. Ich weiß nicht, ob ihr New Japan verfolgt. Auf jeden Fall müsste man schon mal was vom Bullet Club gehört haben. Denn das ist quasi eine große Gruppierung in New Japan, die übel krass over ist da drüben. Und die meisten von den ganzen Neuverpflichtungen sind alle im Bullet Club gewesen. Und da man ja mit dem Balor Club auch in die ähnliche Richtung geht, wäre es natürlich perfekt, Finn Balor ins Main Roster zu schicken mit seinem neuen Balor Club. Und so könnte man einfach die ganzen krassen Talente gleich mit ins Main Roster pushen. Zusammen natürlich mit Finn Balor wäre das einfach eine richtig krasse Geschichte. Inwieweit Shinsuke und AJ Styles sich vielleicht denn doch lieber selbstständig machen. Oder auch die anderen. Wer jetzt zur NXT geht und wer in das Main Roster sofort geschickt wird. Ob vielleicht auch einige von denen überraschend im Royal Rumble Match auftreten werden. Das ist halt alles noch nicht raus. Und die WWE wird wohl jetzt zur Zeit ziemlich viele Probleme haben, diese neuen Talente irgendwie geil zu positionieren. Die haben also einen Haufen zu tun. Und ich hoffe es wird geil. Es ist so ein bisschen ein Lachen und ein Weinen das Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mir auch gut vorstellen kann, dass so große Leute wie Shinsuke Nakamura zum Beispiel einfach schlecht eingesetzt werden. Und in der WWE dann nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die sie eigentlich verdienen. Deshalb muss man das alles noch abwarten. Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Obwohl es natürlich richtig krass ist. Gerade in einer Zeit, wo so viele Leute ausfallen. So viele große Talente hier zu holen. Also meine lieben Freunde, guckt WWE, guckt NXT. Ihr habt keine andere Möglichkeit. Macht es einfach. Es wird in den nächsten Wochen wieder richtig krass. Wir sind in der Road to WrestleMania. Und das wird einfach der absolute Wahnsinn. Guckt euch das alles an. Und ja, guckt natürlich auch weiterhin meine Videos. Wenn ihr das machen wollt, abonniert einfach kostenlos diesen Kanal. Und ich würde mich noch über einen Daumen nach oben freuen. Das ist die fünfte News-Ausgabe in der Woche geworden. Ich glaube, so langsam müsste ich vielleicht von diesem festen Plan abgehen. Von dem Montag und Donnerstag gibt es News. Und einfach immer wenn es coole News gibt, News machen. Ich weiß nicht, wie ich es am besten mache. Keine Ahnung. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Auf jeden Fall war es das dann erstmal für heute. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hau rein bis zum nächsten Mal. Und tschau.